Musik Ich habe die Moderation getätigt, manche von euch wissen das, Solorauftritt, ich habe die Schauferrei übernommen und die Moderation hat immer zuschrieben. Erst, red nicht so lang! Interessiert die Leute eh nicht! Du sagst da nicht ja. Hier gibt es Bestätigungen, das ist furchtbar. Jetzt habe ich doch eher gehofft, dass jemand sagt, nein, haben wir ja alles hören wollen. Wieder nichts. Also du siehst, ich glaube, du wirst hier ganz einfach, was dir einfallen lassen müssen. Ich darf nicht so lange reden, die sagt es. Aber ich weiß schon, es gibt einige Beispiele in unserer Branche, die nicht zum Beispiel die gefährlich lange reden, wenn sie ganz einfach viel zu sagen haben. Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Applaus Musik Applaus 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 Ja, so, dann wollen wir anfangen Applaus Applaus Wir kennen das schon, ja, das erste Lied, liebe Birgit, der Rosgarten. Du kannst mich nicht gern haben. Ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Nein, Aus, Schluss. Die CD kannst du dir zu Hause aufhängen. Liebe Freunde, das war praktisch, theoretisch das letzte Mal, dass ich dieses Ding hier in der Öffentlichkeit benutzt habe. Ich freue mich jetzt, ja, grundsätzlich schon, ich freue mich jetzt, die Gruppe, die wir gefunden haben, für die Birgit vorzustimmen. Birgit and the Tigris! Applaus 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 Applaus